Ich freue mich, ich kann heute eine ganz besondere Uhr vorstellen. Ein Modell, was SIN-Spezialuhren zusammen mit unserer Zeitschrift Kornos entwickelt hat. Und das ist die SIN 103 ST Classic C, von der nur 200 Exemplare gebaut werden. Das Vorbild für dieses Sondermodell war ein seltenes und besonders schönes SIN 103 Modell aus den frühen 1970er Jahren. Und das damals verwendete Handaufzugskaliber Valju 72 hat eben über diese schöne Tri-Compax-Aufteilung verfügt, mit der kleinen Sekunde links, Minutenzähler rechts und Stundenzähler unten. Und kein Datum oder Wochentag hat die Klarheit des Zifferblatts gestört. Wir haben dieses Panda-Dial, diese Aufteilung auf dem Zifferblatt, wieder aufleben lassen. Dazu haben wir das Automatikkaliber Selita SW510B verbaut. Und eine weitere Besonderheit des Vorbilds haben wir ebenfalls übernommen, die beidseitig drehbare Lünette mit der Countdown-Stundenskala. Die benutzt man so, dass man guckt, wenn der Sprit zum Beispiel am Anfang eines Fluges vier Stunden hält, dann dreht man die vier auf der Lünette auf den Stundenzeiger. Und dann kann man während des Fluges auf der Skala ablesen, wie lange der Treibstoff noch reicht. Das historische Modell hatte den Spitznamen 4ATM. Das liegt daran, dass auf dem Boden die besondere Wasserdichtheit 4ATM graviert war. Um originalgetreu zu bleiben, haben wir uns für ein hochgewölbtes Acrylglas entschieden und für unverschraubte Drücker. Da Sinn immer auch für funktionale und robuste Uhren steht, hält die 103ST Classic C trotz ihres Retrolux bis 20 Bar, also entsprechend 200 Meter Wassertiefe, dicht. Und sie ist auch unterdrucksicher. Der Durchmesser ist mit 41 Millimetern recht dezent. Und mit diesem schönen Pferdelederarmband kostet die Uhr 2540 Euro. Ich bin wirklich geflasht, wie toll das Ergebnis ist, wie schön dieses Design von mir hier umgesetzt wurde mit dem Sonnenschliff auf dem Zifferblatt, mit dem Panda-Dial. Und mich würde mal interessieren, wie euch die Uhr gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wer sich eines der 200 Exemplare sichern will von der Sinn 103ST Classic C, der kann bei uns exklusiv in den Shop gehen, Watchtime.net. Der Link ist unten in der Beschreibung und kann sich eines von diesen Exemplaren sichern. Der Link ist unten in der Beschreibung und kann sichern.